Vor zwei Tagen haben wir begonnen, mit Spirit den Spanischen Gruß zu lernen. Das ist die Veräubigung zum Spanischen Schritt. Mal sehen, ob wir soweit kommen. Außerdem üben wir, dass es sich beim Lungieren und Freilaufen besser nach unten streckt. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Und dazwischen auch immer wieder Seitengänge. Ich halte euch mit den Fortschritten am Laufenden. Bye!